Ich befinde mich im Showroom aufgrund einer Einladung der Firma Brainlight auf dem Messegelände in Frankfurt. Ich muss sagen, dass diese zehn Minuten hier auf diesem Sessel wirklich für mich beeindruckend waren. Insofern, als einmal der Text, ich habe so einen Text ausgewählt zum Thema Erfolg, wirklich für mich, lustigerweise war da ein Zitat drin, das mich auch gerade kürzlich sehr berührt hat, und es ist wirklich so ein Moment von Ruhe, diese Mischung aus Massage und Text und dann mit diesem Licht hat etwas, was einen zentriert. Also es zentriert, es verdichtet Raum und Zeit und das finde ich wirklich für die, finde ich toll. In zehn Minuten, dass man so sich sammelt, das ist sehr angenehm. Also das kann ich wirklich nur unterstützen und ich möchte mal 20 Minuten ausprobieren, wie gesammelt ich mich dann fühle und entspannt. Ich hatte sogar an einer Stelle das Gefühl, ich hatte gerade gegessen etwas und dass sich so der Magen so entspannt. Also richtig so schöne Momente von Ruhe.